Leider näht sich mein Aufenthalt auf Sardinien am Ende zu. Aber ich kann sagen, man kann hier ganz unbeschwert Ferien machen, schon fast wie vor Corona. Wie ihr sicher mitbekommen habt, gibt es ein paar Regeln, die man beachten muss. Das ist zum einen der Abstand von 1,5 Meter, der draussen eingehalten werden muss. Man muss Maske tragen, aber das nur in geschlossenen Räumen. Daraus ist das Leben wirklich wie vor Corona. Man kann sich draussen frei bewegen, man kann an den Strand. Wie ihr gesehen habt, es hat mehr als genug Platz. Ich denke, das ist jetzt der grosse Pluspunkt, wenn man Ferien macht auf Sardinien. Man hätte sonst schon wenige Leute, aber jetzt ist es nochmals etwas leerer. Man hat teilweise wirklich Buchten für sich alleine, wie ihr sicher auch auf meinem Video von unserer Bootstour gesehen habt. Wenn ihr Fragen habt, dann kommen doch zu mir. Ich arbeite ja bei Smeralda und bin für euch erreichbar, telefonisch oder per E-Mail. Ich beantworte sie euch gerne. Oder ihr dürft sie auch direkt auf unserer Facebook-Page einschreiben. Und dann beantworte ich sie gerne für euch so gut wie es geht. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir uns hier unten mal sehen würden. Macht's gut und bis bald! Einfach das poles für euch, ihr könnt also gehen und fürs K